Ich habe von CardMarketGrading für euch Gutscheine bekommen. Zwei Stück und die könnt ihr tatsächlich gewinnen. Ich war ja vor einiger Zeit bei CardMarketGrading und habe euch da gezeigt, wie die Damen und Herren dort graden, wie das mit der Maschine läuft, wie das mit den einzelnen Gradingsstationen geht und der Besitzer bzw. Chef von CardMarketGrading hat mich im Interview ein bisschen durch die heiligen Hallen geführt. Deswegen schauen wir uns heute mal an, wie man überhaupt Karten jetzt zu CardMarketGrading schickt, weil das habt ihr verdammt oft gefragt. Ja, finde ich ganz cool, aber wie macht man das denn? Und das gucken wir uns heute an. Es gibt zwei Methoden, das Ganze zu machen. Einmal über CardMarket selber, wie man hier schön sieht, oder eben über die Website von CardMarketGrading. Wir werden beide Sachen durchgehen. Ihr könnt unten tatsächlich einzelne Timestamps sehen. Und wenn ihr sagt, hey, ich möchte zum Beispiel nicht wissen, wie man über die Webseite macht oder ich möchte es genau wissen, wie man über die Webseite macht und möchte nicht über CardMarket gehen. Auch das funktioniert. Ihr braucht dafür keinen CardMarketAccount. Es gibt ja immer noch ganz, ganz viele Leute, die keinen CardMarketAccount haben und auch keinen wollen. Dementsprechend, ja, würde ich sagen, gucken wir uns das Ganze mal an. Das Gebäude könntet euch bekannt vorkommen. Das habe ich euch nämlich schon mal gezeigt. Und ja, wir gucken uns das Ganze jetzt mal an und gehen mal in die Details. Starten möchte ich dabei tatsächlich mit der CardMarketSeite. Ihr habt hier oben den Bereich Apps. Wenn ihr dort drauf drückt, kommt dort CardMarketGrading. Natürlich sitze ich jetzt gerade im Weg. Wie man hier seht, habt ihr jetzt den Bereich CardMarketGrading hier. Wenn man da drauf drückt, sind wir dann auf einer eigenen Seite, wo es so ein bisschen um das Grading an sich geht. Hier können wir jetzt verschiedene Sachen machen. Crossgrading heißt zum Beispiel, wir können Karten regraden lassen, die Authentizität zum Beispiel von der Karte erfassen lassen, wo ihr dann auch so eine kleine Siegel bekommt, wo es mit einem kleinen Papier draufsteht. Diese Insel ist eine echte Magic-Karte. Das könnt ihr machen für 7,50 Euro. Crossgrading kostet 14,90 Euro. Und das erneute, beziehungsweise das generelle Graden, 15,90 Euro. Davon packen wir jetzt mal zwei zum Beispiel in den Card. Und ja, das geht dann runter. Wenn ihr dann ein bisschen was zum Beispiel sparen wollt, habt ihr zum Beispiel bei 10 Grading, spart ihr halt fast 10 Euro. Das ist gut. Und bei 100 Gradings spart ihr noch mehr. Dementsprechend, ja. Könnt ihr da mal reingucken, was ihr habt. Priority Same Day Grading bedeutet, dass wir eine Karte dann hinschicken. Zum Beispiel, die schicken wir montags los. Dienstags kommt sie an. Sie wird am Dienstag gegradet. Mittwoch oder Donnerstag zurückgeschickt. Dann sollten wir die Freitag haben. Das passiert tatsächlich vor Ort. Das habe ich auch gesehen. Und das ist aber nur eine begrenzte Anzahl möglich. Aber wenn ihr das möglichst schnell haben wollt, was ich jetzt in dem Fall jetzt nicht brauche, könnt ihr das machen. Wenn ihr das wollt, könnt ihr es in meine Videobeschreibung schreiben. Dann kann ich das mal für euch testen, wenn ihr das unbedingt wissen wollt, ob Priority Same Day Grading wirklich so funktioniert, wie es von denen beworben wird. Aber aktuell sehe ich das jetzt nicht so den Grund zu. Dazu würde ich sagen, machen wir noch eine Certification of Authenticity, weil ich den Paper auch noch nie gesehen habe. Packen wir die mit in den Warenkorb. Und dann sind wir schon soweit. Wir haben hier unseren Einkaufswagen. Da können wir jetzt draufdrücken. Und dann haben wir genau das. Wir können jetzt verschiedene Sachen machen. Das heißt, wir können die Track Personal machen. Wir haben auch weitere Versandoptionen. Das ist Intex. Intex ist die von denen vorgegebene Möglichkeit, mit Transporten umzugehen. Da muss ich jetzt dabei sagen, ich bin nicht so oft hier in der Wohnung, wo ich jetzt gerade aufnehme aktuell, weil ich sehr viel auf der Arbeit bin und das hier mehr nur noch so ein Studio runtergekommen ist. Dementsprechend würde ich das jetzt nicht machen. Wenn ihr aber irgendwas über 500 Euro verschickt, also irgendwelche teuren Karten, ich werde jetzt nicht so die teuersten Karten verschicken, ich werde euch gleich noch zeigen, was ich verschickt habe, aber es werden nicht die teuersten Karten sein, dann würde ich euch das empfehlen. Ja, es kostet dann mehr Geld und ihr kriegt das dann Warenpost zu Hause geliefert. Aber Intex hat auch noch mal selber einen Gutschein, wie ihr das machen könnt, da kommen wir gleich noch mal zu. Aber wenn dann eine Karte verloren geht und die weg ist, dann habt ihr verloren. Also dann ist die Karte halt weg. Und das ist halt was, wo ich sage, wenn man dann wirklich teure Karten, wie Duels oder irgendwelche anderen teuren Karten, oder für euch besonders wertvolle Karten habt, dann spart nicht am Versand und am Ende geht es bei der DHL mal wieder verloren. Mir ist es nicht ganz so wichtig, deswegen nehme ich die DHL-Version, habe dann zweimal Grading, einmal Card, mal Grading, Certification auf Authentifizierung. Genau, das sind aktuell die Sachen, die ich jetzt hier drin habe. Es kostet mich in dem Fall 45,49. Ich muss nur nachschauen, DHL ist, glaube ich, ein Paket. Paket geht nicht unbedingt ins Postfach. Da muss ich gleich noch was ändern. Dann gehen wir zur Kasse, können dann hier nochmal bestätigen, zahlungswichtig bestellen, Passwort gebe ich gleich ein. Dann haben wir das bestellt und dann gucken wir mal, wie das auf der Webseite geht. So, auf der Webseite haben wir folgende Sachen. Wir haben erstmal die Webseite mit so ein bisschen Erklärung, was die Cases sind und so was vor. Das habe ich euch alles in einem Video, wo ich vor Ort war, auch gezeigt. So ein über uns, wer die Leute sind, wie die so arbeiten, wer tatsächlich wo zuständig ist. Georg hat mich, wie gesagt, durchgeführt. Dann haben wir hier noch die Abteilungsleitung Kundensupport. Und ja, das ist alles auf der Webseite. Könnt ihr euch selber ein bisschen durchlesen. Hier bekommt ihr auch den Bestellprozess nochmal erklärt, auf Englisch, wie ihr das bei Cardmarket macht. Hier nochmal dann genauer gezeigt. Der Link dafür, wie ihr das verschickt und so weiter und so fort. Das ist tatsächlich so, dass ihr dann den Shipment-ID von dem Shipment, was ihr habt, also eure Auftragsnummer für Cardmarket, zu finden hier. Die könnt ihr dann da draufschreiben, müsst ihr dann zusammenpacken und dort hin mitschicken. Das heißt, diese Nummer muss da mit drin sein, in diesem Umschlag oder dem Paket, damit ihr das alles wisst. So, dann ist die Sendung wirklich an Guard & Grading zu adressieren. Das ist die ganze Adresse, die da auch draufsteht. Und wer sobald das gemacht hat, gibt es über eine Nachrichtenfunktion ein und schreibt es denen per Nachricht. Hey, ich habe das Ganze verschickt. Hier ist die Nummer des Trackings oder ähnliches und es kommt über die und die Sache an. Jetzt ist es so, dass wir was gekauft haben und wir denen erstmal was schicken. Wenn es dann bei denen ankommt, dann klicken die auf Versendet. Das bedeutet, ab dem Moment haben die das dann schon mal verschickt. Das ist etwas, wo ich sage, das machen sie halt sehr früh. Da müsst ihr keine Sorgen machen, wenn dann auf einmal Versendet steht und es auch irgendwie eine Woche oder so dauert oder zwei, dann ist die Karte nicht verloren. Das heißt nur, dass die auf Versendet drücken, sobald sie die Karte bekommen haben. Auch interessant ist der Fakt, dass die Intex-Sachen oder halt die Versandsachen, die wir bezahlen, das ist, wie sie das zu uns schicken. Wie die Karte zu Card-Markt-Grading kommt, das ist vollkommen eure Sache. Das bleibt vollkommen euch überlassen. Denn, wenn ihr sagt, ich schicke das per Post mit einer 85-Brief-Cent-Marke und die kommt nie bei Card-Markt an, dann ist das euer Pech. Deswegen würde ich mindestens mal einen Prio-Brief euch empfehlen. Wenn es wirklich Karten sind, die wirklich Geld kosten, dann schickt den Leuten doch ein Paket. Dann habt ihr 12 Euro für die Hinfahrt, 12 Euro für die Rückfahrt. Das ist okay, wenn es wirklich wertvolle Karten sind oder emotional wichtige Karten, habt ihr sie auf jeden Fall dann sicher. Und das ist so viel wert. Und wie gesagt, ich rede jetzt nicht davon, dass man irgendwie jeder teure Karten hat, sondern ich habe ja persönlich, ihr werdet die Karten nachher sehen, die Karten, die ich ausgewählt habe, das sind nicht die teuersten Karten. Es sind für mich aber sehr emotional wichtige Karten. Und dementsprechend, ja, überlegt es euch. Emotionale Wert ist extremst hoch. Nicht nur für Kartenwert, sondern schaut, dass ihr die Karten dort auch anständig hinbekommt. Und werft es nicht in irgendeinen Briefumschlag ohne Verpackung und sonst was. Werft es ab und habt am besten noch das Chip mit ID verpasst und sonst was. Dann wissen die Leute einfach nicht, wer das bestellt hat, was das ist. Und man weiß nicht, ob es ankommt. Dementsprechend achtet einfach gut auf eure Karten. Ihr wollt ja auch, dass die Leute, die das euch schicken, gut auf eure Karten achten. Und beim Grading, es geht um Grading. Also die Leute, die wirklich wichtige Karten für sich haben, ist doch bestimmt gut. Dazu gibt es noch den Tipp, dass wenn ihr bei Intex was machen könnt, ein Promocode eben von Cardmark Grading dabei ist. Und ja, dann ist es auch so, dass es ein bisschen günsteliger ist. So, jetzt aber zu dem Punkt, wie man das hier macht. Bla, 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 Pop Report. Da könnt ihr übrigens eure Karten nachgucken, wie das gerade läuft. Könnt ihr wieder bei Serial Number oder bei der Karte searchen. Die Nummer des Gradings ist das, was da oben drauf steht. Und da könnt ihr dann halt suchen und schauen, was gerade so alles in der Welt da gegradet wird von euch. Ihr könnt eben auch euren Karten schauen und könnt dann nach der Karte gucken, wenn sie dann im Grading ist. Ihr könnt das alles nochmal nachlesen. Ich werde das jetzt nicht alles zum 20. Mal runterbeten, dann langweilt ihr euch noch. Premium Membership ist vielleicht für Leute interessant, die wirklich, wirklich viel graden lassen wollen. Ihr bekommt, wenn ihr ein Account habt, Silver Mitgliedschaft, wenn ihr 100 Gradings im Auftrag gegeben habt insgesamt. Dadurch wird Gewinnspiele gemacht, Geschenke am Ende des Kalenderjahres und 10 Free Gradings, wahrscheinlich einmalig. Dann ist es so, dass ihr, wenn ihr 200 gemacht habt, Gold Member seid und Platin Member, wenn ihr 500 Gradings abgegeben habt. Das passiert, wenn ihr dann hier seid. Dementsprechend macht das dann hier drüber, wenn ihr so eine coole Karte dann bekommt. Gut, dann Shop. Wir können diese Authentifizierung kaufen, die habe ich ja schon gekauft bei dem über Card Market. Dann habe ich das Gradings, da sind auch die verschiedenen Gradings, das ist Priority, Express Grading, das ist nochmal das, wo es ein bisschen schneller geht. Express Grading ist gleich wie Standard Grading, im Unterschied innerhalb von 5 Werktagen. Same Day ist wirklich am selben Tag und normales Grading eben 2 bis 3 Wochen, so wie bei dem anderen auch. Cross Grading, wie gesagt, bereits gegradete Karte schicken, wir öffnen das Case und machen ein Ding drauf. Das ist auch ganz gut. Die Preise hier sind ganz genau wie auf Card Market, nur dass ihr hier eben zum Beispiel auch mit Paper bezahlen könnt. So, auch hier würde ich sagen, gehen wir mal hin und machen mal 2, 3, 3 Gradings, 2 Gradings. So, die haben wir jetzt im Warenkorb, haben wir jetzt 4 Gradings, ach, ich hatte schon eins drin, okay, 3 Gradings und auch hier können wir jetzt bei der Zwischensumme eben sagen, hey, Versand und so und so fort. Hier ist was cooles, Gutscheine. Ich habe von Card Market Grading für euch Gutscheine bekommen. 2 Stück und die könnt ihr tatsächlich gewinnen innerhalb des Videos unten drunter. Ihr müsst mir nur schreiben, was eure Lieblingskarte ist, die ihr damit graden lassen würdet und es gibt 2 Gewinner und jeder bekommt einmal den Code zugeschickt. Also nicht die ganze Karte, sondern nur den Code. Ich werde den gleich dann freirubbeln und werde den Leuten das dann schicken. Dafür habt ihr jetzt Zeit bis nächste Woche an diesem Tag und dementsprechend, ja, am Tag, der, 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 wenn das Video rauskommt, habt ihr eine Woche Zeit. Es steht auch alles nochmal unten in der Videobeschreibung. Ihr habt die Chance, ein Free Grading zu bekommen, wo ihr dann praktisch dort den Gutscheincode eingebt und das einfach verschicken könnt. Da müsst ihr, glaube ich, nur den Versand bezahlen und, ja, also den Versand zu euch zurück und den Versand dahin, klar. Und, ja, das ist ganz cool. Also, vielen Dank an Karte, Mark Grading an dieser Stelle und ich hab das auch mal gemacht und ich hab hier so ein, so ein, so ein, so ein Code und den würde ich jetzt mal freirubbeln, wenn ich irgendwas finde, womit ich das freirubbeln kann. Oh mein Gott, so die Typen, diese Jungs und Mädels sind einfach geil. Denn auf dem Code, könnt ihr sehen, steht da vor Black Set. Das bin ich. Und dahinter ist dann noch der Code, das heißt, wir geben den Gutscheincode jetzt mal ein. Der wird auch ein bisschen für euch geblurrt sein. Damit ist ein Gutscheincode drin. Ich probier mal, was passiert, wenn wir zwei haben. Weil ich hab zwei für mich bekommen, damit ich dieses Video bezahlen kann. Dementsprechend, gucken wir, gucken wir da mal rein. Ich glaube nämlich, hier wird es auch so drunter sein. Und, Alter, das ist so geil, dass sie das einfach da drunter geschrieben haben. Mega. Sehr, sehr, die Leute sind so cool. Ich mag die Leute so sehr. Aber wie ihr seht, es gibt nur ein Gutscheincode. Dementsprechend, ja, werde ich das Ganze mal ganz kurz ummodeln. So, da haben wir es jetzt geschafft auf die Checkout-Seite. Besitzst du bereits ein Kundenkonto? Hier können wir tatsächlich uns anmelden oder eben ein Kundenkonto erstellen. Ich habe jetzt persönlich noch kein Kundenkonto. Dementsprechend erstelle ich jetzt ein Kundenkonto. So, dann Paypal bezahlen und ich erkläre mich einverstanden. Jawohl. Der letzte Klick, Paypal. Und damit sollte das funktioniert haben. Richtig? Richtig. Checkout. E-Mail geht dahin. Gesamt Paypal wurde bezahlt. Ich gebe ihm dann die Rechnungsadresse, Lieferadresse. Hier ausgeblurrt. Und ja, damit habe ich über Card Market Grading und über Card Market selber, wie man hier sieht, bestellt und werde euch mal auf dem Laufenden halten, wie das dann aussieht und wir werden am Ende drüber reden, was cooler war, ob ich es lieber über Card Market bestellt habe oder lieber hier rüber. und ja, wie gesagt, denkt dran, ihr könnt Free Gradings gewinnen, wenn ihr mir runterschreibt, welche Karte ihr graden lassen wollen würdet für den Versand. Und ja, wir gucken uns immer an, was ich gegradet habe. Gott, liegt hier viel Kram rum. Das sind zwei der Karten, die ich auf jeden Fall machen möchte. Ich möchte tatsächlich das Bisa Floor und das Last Minute Shopping graden lassen. Dazu werde ich wahrscheinlich noch ein Stitch graden lassen. Das werde ich noch schauen, ob ich das mache oder nicht. Und wahrscheinlich ein Fling für einen Kollegen von mir. Dann habe ich vier Karten und ich muss noch eine Karte zum Authentifizieren finden. Ich habe meine Pakete wieder. Ich würde sagen, wir gucken mal rein. Das sind meine Karten, die ich bestellt habe. beziehungsweise weggeschickt hatte zu Card Market Grading. Gucken wir mal rein, was wir haben. Und zwar sind drei Pakete. Ihr habt ja gesehen, ich musste ja zwei Bestellungen machen. Der Gutscheincode geht ja nur für eine Bestellung. Deshalb ist das ganz gut. Wenn ihr es hinter mir ein bisschen rauschen hört, ist es tut mir leid, aber es ist unendlich warm mittlerweile in Deutschland. Und dementsprechend brauche ich den Ventilator. Es tut mir wirklich leid. Eingepackt ist das sehr, sehr safe. Oh mein Gott. Ja. Thank you for your trust. Wir haben eine Karte. Marc Stark. Und wir haben... Oh ja. Oh ja. Äh. Äh. Leute. Das ist ja... Äh. Ich hab's noch nicht gesehen. Also, was wir hier haben, ist eine Karte, die ich mitgeschickt hab. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich euch alle Karten gezeigt hatte. Auf jeden Fall, das ist eine Karte, ihr seht den Rücken schon. Wenn wir jetzt eine normale Magic-Karte nehmen, der Rücken ist eine andere. Das ist eine Fourth Edition Alternate. Eine Sieben. Niemann Fourth Edition Alternate. Edges 6. 6,5 Centering. Das ist eine 9,5. Oh mein Gott. Surface ist eine 6. Ja, das ist zumindest eine 7. Sehr geil. Fourth Edition Alternate Nether Shadow. Äh. Tatsächlich mega cool. Sehr, sehr cool. Aber halt schon abgeranzt. Aber es ist eine Alternate. Fourth Edition Alternate Karte. Kann auch nicht jeder behaupten, dass er die hat. Ähm. Ja. Auf eine 7. Sehr cool. Freut mich. Das nächste Paket. Ist. Was haben wir denn hier? Eine. Das ist ein Fling. Herzlichen Glückwunsch. Nachträglich nach ein paar Monaten zum Geburtstag an meinen besten Kumpel. Das ist ein Fling. Sandring 10. Corners nur eine 8,5. Schade. Ich hätte ihm gerne 9,5 oder sogar eine 10 gegönnt. 9,5 hätte ich ihm gegönnt. Oh. Schade. Aber sehr cool. Ein Fling in, in, äh. Ding. Weil Fling war, war damals so eine seiner Karten, mit denen er uns auf den Sack gegangen ist. Und, äh, ja. Und, äh, dementsprechend, äh, war das eins seiner Geburtstagsgeschenke. Ein gegradetes Fling. Und wir machen da den großen Karton auf. Das ist der, der ich über Card Market bestellt habe. Die anderen Kartons waren ja die Einzelbestellung. Hier ist auch tatsächlich die Authentifizierung dabei. Da bin ich halt mal auch drauf gespannt. So, hier haben wir erstmal mehr, mehr Pappe, äh, mehr Plastik eingepackt. Das ist auf jeden Fall safe. Jetzt werden natürlich ein paar, paar Earth Warrior sagen, mh, so viel Plastik, äh, total doof. Und ich sag, ich werde es halt wiederverwenden. Ich werde es halt verwenden für, für, äh, wenn ich Karten verschicke. Aber ich find's gut, dass sie die Karten so sicher eingepackt haben. So, dann haben wir eine 8,5 Seasonal Squelves. Eine Happy Holiday Promo, die ich, äh, von einem Freund ins Store geschenkt bekommen habe. Das ist eine Promo, die Wizard of the Coast an Leute gibt, mit denen sie zusammenarbeiten. Ähm, ja. Und das ist eine 8,5, äh, Karte, die ich tatsächlich selber bekommen habe. Äh, Last Minute Shopping. Da hat Wizard of the Coast mit mir zusammengearbeitet. Deswegen hab ich die bekommen, 2021. Das war, hat mich mega, hat mich mega gefreut. Mich sehr, sehr stolz gemacht, dass ich die Karte bekommen hab. Ähm, ja. Seitdem hab ich keine bekommen. Dementsprechend hat mir ein befreundeter Store das hier zugeschickt. Und ich war sehr happy. Das find ich ganz lustig. Hat einfach, einfach eins zu eins dieselben Gradings. Nee, Corner, Corner ist hier ein bisschen, die Corner hiervon sind ein bisschen schlechter wie Corner hiervon. Ja, Last Minute Shopping und Seasonal Squalls 2, 8,5er. Auch nicht so bad. Und ich hatte die Pokémon-Karte. Ich hatte mich dann dazu entschlossen, das Ibiza-Floor, ähm, zu authentifizieren. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie das aussieht. Weil das könnt ihr ja auch bekommen. Und da bin ich jetzt mal wirklich gespannt. Card Market Rating. Oh mein Gott. Thank you for using our partners to protect you, our customer, from counterfeits protect. Garnet-Chipments are sealed with a security label that guarantees identity of a card. Authentic by... Okay, und das ist jetzt in diesem, in diesem, in diesem Ding drin, richtig? Also das ist jetzt, genau, hier ist es gesealt. Das heißt, die Karte wurde authentifiziert. Das ist eine echte Karte. Ich hab von denen auch was zugeschickt bekommen. Und zwar das hier. Card Market Rating Certificate of Audification. Das ist ein Scan der Karte. Das sieht man auch hier unten an diesem Knick tatsächlich. Den hat, äh, meine Karte nämlich auch. Hier, hier unten. Hier unten. Beziehungsweise hier unten. Den Knick hat, hat meine, meine Karte auch. Und genau. Venazor, äh, BS12. Naja, es ist ein Bisa-Floor. BS15 ist halt der englische Name. Aus dem Base Set, Magic Trade Card Game. A card has been checked and tested. Based on the results, I confirm that the Audification of this card. Von, äh, dem lieben Georg, der als, äh, Card-Experte, eben auch als Sachverständiger-Gutachter mit DGUSV tatsächlich ein Zertifikat einfach ausstellen kann. Und das macht, finde ich mega cool. Finde ich immer noch so krass, dass es sowas gibt. Und, ähm, ja, die Idee war ja immer noch, dass ich das mal für euch, äh, mache. Mit diesem, mit diesem Authentifizieren. Das habe ich getan. Und dementsprechend dachte ich, äh, nehme ich das mal mit. Das sind alle Karten, die ich wiederbekommen habe. Ähm, Card Market Grading wurde ausgiebig von vielen, vielen Leuten getestet. Inklusive MPG mit Patrick, den ich, äh, als Person sehr lieb gewonnen habe. Sehr, sehr netter Mensch. Sehr, sehr toller Mensch. Ähm, mit dem zusammen habe ich ganz viele Grading-Unternehmen damals auch getestet. Unter anderem auch Card Market Grading. Und ich kann einfach confirm, die Leute, die vor Ort da sind, sind super kompetent. Das sind super interessante Menschen, die, die super viel zu erzählen haben. Und so lieb sind. Und alle offene Ohren haben. Und immer, immer, ähm, für den Kunden da sind. Und so weiter. Es ist eine wunderschöne große Familie. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, da zu sein. Und, ähm, deswegen sehr, sehr cool mit dem Grading. Ähm, es hat auch alles super funktioniert. Es gab keine Probleme. Es war ein kleines Problem mit den, äh, Card Cases, dass die kurz mal nicht lieferbar waren. Wurde ich direkt informiert. Ähm, hat dann irgendwie zwei, drei Tage länger gedauert. Ähm, deswegen alles in Ordnung. Es passte alles. Dementsprechend einfach, einfach super. Ich bin, ich bin super begeistert von Card Market Grading. Und, ähm, ja, hab euch jetzt gezeigt, wie es funktioniert, wie es am Ende aussieht. Ich hoffe, ähm, ihr kommt damit klar, beziehungsweise ihr kommt jetzt demnächst damit klar. Denkt dran, es läuft ein Gewinnspiel. Ähm, unten in den Kommentaren. Und, äh, ja. Ansonsten danke ich meinen Patrons. Meinen Patrons sind großartige Menschen. Dank dieser Patrons konnte ich überhaupt, äh, viele Dinge auf diesem Channel überhaupt nur realisieren. Und, äh, wenn ihr mich monetär unterstützen wollt, könnt ihr das dort gerne tun. Bei Patron unten in der Videobeschreibung ist der Link dafür. Ab drei Euro könnt ihr mich unterstützen. Und ansonsten schaut bei Card Market Grading vorbei. Ihr könnt ja auch noch den Vlog schauen. Der müsste da oben auch irgendwo durchgelaufen sein. Ähm, das war wirklich cool da. Die Leute sind einfach großartig vor Ort. Es ist so professionell super angenehm. Und, ähm, ja. Wirklich spannend. Und, äh, ja. Ihr könnt mir auch in den Kommentaren noch schreiben, ob ihr das auch mal interessant fändet. So über dieses ganze Authentifizieren und über dieses Gutachten und so weiter. So ein bisschen was, äh, mal ein Vlog zu haben. Dann würde ich den lieben Georg nochmal besuchen fahren. Und würde ihn in ein Interview mit mir zwingen für euch. Und, ja. Ansonsten, äh, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne in den Kommentaren. Ich kann euch auch noch ein bisschen was dazu sagen. Gerade wenn es irgendwie um den Prozess vom Bestellen geht und so weiter. Ähm, ansonsten habe ich es, glaube ich, auch alles gezeigt und erklärt. Und, ja. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Aller Blacksid. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank.